Du möchtest die Philosophie von Hegel verstehen? Dann bist du hier auf dem richtigen Kanal. Der deutschen Philosophie gehört der Gedanke der Einzeit von Denken und Sein von Geist und Materie an. Dieser Gedanke ist die Unmöglichkeit, Atheismus und Materialismus auch nur zu denken. Dieses Wissen begreift Denken und Sein als den Geist, der sich über die Entäußerung seiner selbst mit sich selbst vermittelt und in dieser Entäußerung in sich selbst zurückgekehrt ist. Die Materie erscheint damit als seine eigene Äußerung. Er ist sein Erscheinen für sich selbst. Aber eins gleich vorweg, diese auf Denken beruhende Gewissheit kann nicht durch Vorträge darüber erreicht werden, sondern sie stellt sich nur ein, indem die in den folgenden Videos aufgezeigten Gedanken selbst gedacht werden, indem man selbst darüber nachdenkt. Gehe den steinigen Weg des Denkens durch das philosophische System der Wissenschaft von Hegel, den letzten und ausgereiftesten Systementwurf der Hegel'schen Philosophie. Außerdem wirst du verstehen lernen, wie das System der Idee kurz und komprimiert in Formeln dargestellt werden kann. Nach diesem Video kannst du Hegel an einem Spätnachmittag deinem Philosophie-Professor erklären. Ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit Hegel und mein Wissen möchte ich hier gern mit dir teilen. Das Gute an Hegels Philosophie ist, dass man sie lernen kann, weil sie nachvollziehbar ist. Abonniert meinen Kanal, klickt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.